Hallo und herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Guck mal, ich habe mir mal so einen Öltopf gebastelt und ich habe das hier. Ich habe jetzt einen Plan und würde doch erst mal, ich weiß noch nicht wie mal nehmen. Komm wir bleiben mal bei der Geisterqualle. Obwohl der andere natürlich, den hier mag ich halt lieber. Hä, wieso habe ich ihn keine? Okay, wir behalten sie erstmal. Irgendwie ist das stimmt gar nicht. Wir gehen jetzt hier nicht lang, wir gehen hier lang. Hä, bin ich falsch? Warte mal. Ach so, hier geht es lang. Ja, ich habe, ich habe Dinge vor. Ja, gut, passt. Mach mal als erstes gleich das hier. So, das Tötschen ich zum Glück schon auf. Wir essen das hier. Wir machen das hier. Wir schmeißen das Ding dann damit ab. Oh, ich bin hier. Ei, ei, ei. Nein, du hast einfach meine Qualiungen gebracht. Oh, ich bin hier. Oh, oh. Drachenherz, ich habe gerade Mondschleier, Mondschleier. Ich habe gerade gelesen, Magmalindwurm, aber das heißt ja Magmalindwurm. Wir haben das Mondschleier-Katana gefunden. War das nicht ein bisschen einfach jetzt? Nur mal so. Hä? Irgendwie fliegt mir hier in letzter Zeit einiges zu. Oh, da brauchen wir aber mehr. Da brauchen wir Geschick und Weisheit, um das zu benutzen. Ja, wir haben das Mondschleier-Katana. Wie schön. Ich will nicht noch mal hier in diese Ruine, nee, in dieses Dingsbums hier rein. Ich kann ihm ja als erstes mal erzählen, dass wir es geschafft haben. Hier, ich habe es geschafft. Nee, nicht so. So. Jetzt rennen wir mal von hier hinten da rein. Eigentlich müssen wir ja wieder zurück. 9.400. Wenn ich natürlich jetzt sterbe, ist ja bitter. Oh, hier gibt es nur einen Weg. Okay. Kommt der jetzt? Boah, was hat der alles dabei gehabt? Was soll denn das jetzt hier bitte? Okay. Was soll denn der hier? Können wir hier mal abbauen? Siehst du, er ist im Gesprunglockest Teil. Wieso brauch ich das? Das ist das Schöne leider. Ja, das kann man gucken. Oh, hallo der Herr. Ich habe gedacht, sie sind von hier oben runtergesprungen. Oh, hallo der Herr. Oh, hier ist überall Blut. Da ist er. Ha, ich hab dich hier hingeloggt. Wartet der andere jetzt? Ja, der wartet hier. Oh, warte. Oh, warte. Oh, lassen Sie mich bitte. Ich bin hier nur zur Durchreise. Oh. Ja, ich glaub, ich hab alles abgebaut jetzt hier. Dann gehen wir mal. So. Alles schön geklaut. Schön. Jetzt gehen wir raus in die weite Welt. Ne, wir gehen jetzt erstmal wieder zum Schloss Sturmsteier zurück, tatsächlich. Hier war das Schloss Sturmsteier-Katana drin. Hier haben wir alles schön gemacht. Da war der Magma-Lindwurm. Sollen wir uns mal hier rausseilen lassen? Gibt es noch irgendwas zu finden? Ne. Geil, Tonnel. Ja, jetzt sind wir hier. Geht's in uns. Das geht sehr gut. Oh. Das müssen wir uns erstmal schnell holen jetzt. Äh, die sind, sind die grau? Oh. Ich bin auch grau. Wieso greifen die mich an? So. Töpfchen. Ich weiß, wir sollen uns da treffen. Ich habe ganz viel Zeug verloren. Ganz viel Runen. Das ist nicht so schön. Ist aber auch nix, gell? Nee. Dann holen wir uns das jetzt mal. Und reiten geschwind wie der Wind zurück. Sitzt einfach drauf. Wie schützen die da irgendwas? Die Dinger fliegen hier überall rum. Gut, ich habe es gekriegt. Wir gehen erstmal mal woanders hin. Ich habe da vorne nämlich eine Gnade gesehen. Erdenblattblümchen. Gut, kommt niemand. Geht weg, ich bin hier sicher. So, und jetzt will ich den, der hier rumläuft, auf den Deckel hauen. Ist er nicht mehr lang dann? Da hinten kommt es. Es geht eine ziemlich große Runde, oder? Da ist es. Mist. Die haben aufgegeben. Kann denn das so lange dauern? Und wo läuft das Ding rum? Da. Du spät bist. Hier irgendwo. Jetzt kommt es. Nein! Nein! Ich warte jetzt hier. Ach, der ist schon irgendwie süß da drüben. Sieht aus wie eine Mischung zwischen einem Erdmännchen und einem zerupften Wolf. Das ist da, wo ist es? Das ist da, wo ist es? Da ist es. Oh, nee. So war das hier gar nicht geplant. Voll schnell ist es. Ach, das geht gar nicht immer hier lang. Oh, Goldene Hohne. So lange die miteinander campen, ist mir das alles wurscht. Oh, ich bin ja eigentlich nur hier. Seid ihr Feuerspucker? Oh, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Oh. 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 Oh, ist er mir gefolgt? Oh, ist er denn los? Ich muss hier stehen bleiben, aber da vorne war noch eine goldene Rune, die nehme ich schon mit. Das wäre es jetzt gewesen. Das geht doch jetzt hier noch einen Bogen, gell? Das geht doch jetzt. Ja, los. Umgedreht. Wir gehen mal hier hoch. Das ist wahrscheinlich Kunst hier. Oh. Ein schwelender Schmetterling. Nicht ganz was Feines. Hallo. Irgendjemand greift mich an. Warte mal. Wer von euch greift mich an? Du bist das. Was? Was? Du für Qualle. Wen kämpfen die? Großbogen. Will sie nicht hochkommen? Scheinbar nicht. Ah, die kennen wir doch schon. Oh, was gibt's hier? Material sammeln. Ach so. Erdenblattblume. Oh. Falsch. Oh, guck mal da. Oh. Der hier. Schwierig das Schmetterling. Der ist nicht dabei. Oh. 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 Ich will in der Schmetterling mal sechs. Flamme gibt mir Kraft. Oh. 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 Scheiß Dinger, ich will hier weg. Okay. Oh, geht los. Oh. Ich wusste ja gar nicht, dass hier noch jemand ist. Ich wusste ja gar nicht, dass hier noch jemand ist. Ich wusste ja gar nicht, dass hier noch jemand ist. Okay. Ach, hier waren wir tatsächlich noch nicht, oder was? Sprengbolzen. Hm. Interessant. Ja, wir gehen aber noch nicht in die Burg. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Oh Gott, das ist auch schon... Entschuldigung, dass ich so rumgedödelt habe. Es ist ja alles so interessant. Oh. Wir werden jetzt erstmal das da kaputt machen. Es geht ein bisschen mit Pferd. So. Seht. Und wir sammeln diese Erdenblattblume. hier haben wir uns alle umgelegt. Hier haben wir uns alle umgelegt. Ja. Wir werden dann nochmal wiederkommen. Ja, das ist ja noch so eine Sache hier. Das ist aber unfair, gell? Hochgradig unfair ist das. Okay. Wir gehen jetzt vom Pferd hier rüber. Wir haben ja hier noch einiges zu tun. Ähm. Sind wir hier nur vorbeigeritten? War hier nicht so ein Erdenbaum-Typ? Also, warte mal. Wir machen mal Markierung. Warte mal. Warte mal. Hier. Hier gab es was zu tun. Ähm. Wir sehen jetzt die ganze Zeit... Wo sind wir denn? Hier. Ruinenwegpunkt. Ach, hier. Da haben wir noch was. Okay. Gut. Also erstmal die beiden. Ach, hier oben haben wir doch auch noch einen. So. Der war da. Hier müssen wir an sich auch noch hin. So. Gut. Aber bevor ich jetzt hier wieder in der nächsten Folge irgendwas Falsches mache oder irgendwas komisch rumdolter, gehen wir mal zum Wachturm. Da habe ich wenigstens genau was ich machen muss. Okay. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen hier im Schlösschen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.